Herzlich willkommen zur Sounddesign-Rubrik der Sound Recording und dieses Mal schauen wir uns an, wie wir so eine Art Retro-Explosionseffekt erzeugen können, so wie er im Endeffekt in alten Videospielen so in den 80ern zu hören war. Dazu können wir so ziemlich jeden Synesizer unserer Wahl benutzen. Er muss nur einen Noise Generator haben. Ich nehme jetzt hier Vital, deaktiviere den ersten Oszillator, schalte den Noise Generator ein und dann mache ich nichts anderes als hier bei der Envelope Sustain komplett runterzuziehen und dann die Decay-Zeit so auf ungefähr anderthalb Sekunden einzustellen. Dann erhalten wir das hier. Das kann man schon fast als so einen Explosions-Sound durchgehen lassen, allerdings wollen wir noch ein bisschen retromäßiger werden und laden dann hier auf den entsprechenden Channel noch einen Bitcrusher drauf. Ich nehme jetzt mal Quadrafass, wird direkt mit Cubase mitgeliefert und schalte hier auf Single Band um, aktiviere den Decimator-Modus und das ist nichts anderes als ein Bitcrusher, stelle hier 8-Bit ein und reduziere die Sample-Rate. Wenn man jetzt mal mitspielt, dann erhält man schon diese typischen Explosions-Sounds, so wie die damals eben angesagt waren. Das kann man sich jetzt feintunen, wie man möchte und prinzipiell sind wir an dieser Stelle schon fertig. Was jetzt ganz spannend ist, ist einfach sich mal anzuschauen, wie so ein Sound überhaupt entstanden ist, denn in der Sound-Hardware damals war ja kein Bitcrusher in dem Sinne verbaut, sondern wir schauen uns einfach mal die Wellenformen hier an. Hier oben, das ist das weiße Rauschen ohne den Bitcrusher. Sieht man hier so eine schöne flüssige Wellenform und hier unten ist das gebitcrushte Signal und da sieht man diese Stufigkeit dran. Das sind also immer Stufen, die gleich lang sind, aber dann zufällig so hier in der Höhe variieren. Und wie ist sowas damals erzeugt worden? Man konnte die Sound-Hardware direkt ansteuern und im Endeffekt dann immer sagen, okay, erzeug mir jetzt bitte hier dieses zufällige digitale Rauschen. So wurde das dann halt auch genannt. Und wenn man das heute eigentlich so direkt aus dem Oszillator haben will, dann bräuchte man zum Beispiel wie eine Art Sample-and-Hold-Oszillator. Man kennt das auch so von LFOs als Wellenform, wo halt genau so eine Wellenform ausgegeben wird, aber man müsste dann halt einen Oszillator haben. Ist zwar ein LFO auch, aber halt quasi als klanglieferndes Signal. Das findet man in Synthesizern gar nicht so häufig. Muss man sich eher so in Richtung Modularsysteme umschauen. Manche Modularsysteme natürlich auch auf Softwarebasis ermöglichen das. Und zum Beispiel ist das in Bitwig Studio möglich. Da schauen wir mal kurz rein. So, wir haben jetzt Bitwig Studio und hier habe ich mir im internen The Grid so eine Art Mini-Synthesizer dafür zusammengebaut. Es gibt hier speziell diesen Sample-and-Hold-Oszillator, der eben genau diese Wellenform erzeugt. Ich habe den jetzt auf 1 kHz eingestellt. Und jetzt können wir ihn sogar tonal spielen. Man sieht also hier quasi der MIDI-Input geht hier rein, steuert die Tonhöhe. Das Signal, was dieser Oszillator erzeugt, geht dann hier in die Hüllkurve rein, die entsprechend auch angepasst war. Und das war es eigentlich auch schon. Und ich habe jetzt hier noch dieses Chance-Modul hier drin. Das ist momentan deaktiviert, wenn ich das mal einschalte. Das sorgt für nichts anderes, als dass eine 72-prozentige Chance besteht, dass das eingehende Signal auch durchgelassen wird. Oder es werden halt auch mal kurze Schnipsel einfach weggelassen. So, klingt es noch ein bisschen kaputter. Kann man vielleicht noch ein bisschen höher die Chance stellen. Das ist einfach nur so zum Abrunden. Aber so würde jetzt ohne Bitcrusher quasi der Sound direkt aus einem Oszillator erzeugt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank.